Seltenheit, Henry Cavill und Nathalie in Hand gesichtet Dieses Hollywood-Paar hat man schon seit einer Weile nicht mehr gesehen. Henry Cavill, 39, und Nathalie Viscuso gehen seit fast zwei Jahren gemeinsam durch das Leben. Gemeinsame Auftritte zählen bei den beiden eher zu einer Seltenheit, so feierte sie erst im vergangenen Oktober ihr Debüt auf dem Roten Teppich. Umso mehr dürfen sich die Fans nun über diese Schnappschüsse freuen, Henry und Nathalie wurden Hand in Hand in Los Angeles gesichtet. Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie der Main-of-Stil-Darsteller und die Filmproduzentin gemeinsam ein Restaurant in Beverly Hills verlassen und total verliebt durch die Straßen schlendern. Für ihr Dinner-Date setzten die Turzeltauben auf dunkle Looks, die Beauty trug eine weite Hose. Ein langämliges Oberteil mit Rollkragen und hohen Schuhen. Ihre Begleitung wählte dagegen ein schwarzes Shirt mit einer gleichfarbigen Hose. In diesen Outfits spazierten sie unbekümmert und sichtlich glücklich Hand in Hand durch die Stadt. Der letzte gemeinsame Schnappschuss, den Henry auf seinem Instagram-Profil geteilt hat, liegt schon rund neun Monate zurück. Im Mai 2022 hatte der Schauspieler ein Selfie von sich und Nathalie in der Natur gepostet. Dieses Bild hatte er als Anlass genommen, um seine Community im Rahmen einer Lauf-Challenge ein Update zu geben. Das war der Schauspieler ein Instrum ist voran. Das war der Schauspieler ein Verhege und innerer sich für die Luftgeist. Das war der Schauspieler ein Springsteiger, in der Schauspieler ein Komisch und imurers Vielen Dank.